Die 2 Skidetten 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 Ja Das war ja ganz geil Ich komm nach Hause und auf einmal ist meine Kiste weg Da war alles drin was ich hatte Jetzt hat jemand gesehen dass ich minecraft spieler hat gefragt zockst du alleine? Nee Mein YouTube Team Komme ich jetzt hier irgendwie raus? Nee ne Ist doch kacke ey Scheiße Wann dauern die Nächte auch so lange? Hm Ne Kuuu Junge Macht bei euch irgendjemand die Türen auf Nege Das sind die Villager hier die machen die ganze Zeit Türen auf und zu Alter das hört sich für komischer Ja der Zombie würde die ganze Zeit diesen Villager kriegen Ja Getreide Ja 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 Ich bring erstmal Ressourcen mit ne Leute ich werde unser Dorf hier Einen Vergnügen bereiten Du bist der Hof nah Hehehe Nein alles gut Das war so kass Was? Du hast gesagt du bist im Dorf das sind die Vergnügen Erstmal warst du auf Usrauben ne Es war so ein Puff gebaut Einen Alter die zerlegen immer das Treppenhaus hier Ich kann mal gucken was ich so für Skins besitze Erstmal die Tür zu bauen So Und mal gucken Und mal gucken Tschüss Katze So Kann ich jetzt ne Kannste nicht jetzt wieder ist dunkel Oder Baby hat ein Dach drüber Das kann auch sein Dann wärs aber klug ne Fackel zu platzieren Und müsste es eigentlich eine im Inventar haben Es war tatsächlich ein Dach drüber Guck mal eine viereckige Sonne ne viereckiger Mond Viereckige Sonne Wir haben eh nur noch eine gute halbe Stunde vor uns Ja wie gesagt mir leid aber Und dann muss auch mal Nächste woche ist wahrscheinlich wieder mehr sein Aber wie gesagt heute Ist ja erstmal für die ganze Woche Aber auch nicht das Problem mit dem anmelden Anmelden Achso ja Das geht ja nicht darum Es geht ja auch ein bisschen um die Länge Weil ich kann ja Heute nicht so lange wie ich eigentlich immer sonst Alter hier gibt's ja übelst viele geile Skins Du hast recht Cap Es geht auch immer ein bisschen um die Länge Ja Aber dann schon ja Es geht selten Es geht immer meistens um die Technik Was bringt dir die beste Länge Wenn du keine Technik hast Ja Baby ist mutig Die rennt einfach mal mit in der Nacht draußen rum Ist das Skorpion oder was ist das für ein Zeichen? Ey das wäre mal übelst geil wenn das Sternzeichen Sternzeichen Teens hier Warum stehen denn da keine Namen? Wie doof ist das denn? Leo Schämen Skorpion Da Warum ist das schon? Ah Ein bisschen Enderman Ahhhh Oh die Sonne geht auf Wusstest du das äh Dass man Endermans ähm Nicht mit Pfeil und Bogen töten kann? Keine Ahnung Boah der steht genau neben mir Alter was ist denn mit dir? Ja Tschüss Ne Katze Kann ich nur zwei Dinger hochbauen oder was? Oder ist das gerade nur falsch? Ja kann ich nicht Okay Alles gut Ich kann natürlich nicht da bauen wo ich stehe Das Wie süß Wie viele Katzen sind denn hier? So Ist es reif? Ja Lass ich hier ein bisschen Getreide mitnehmen Hier nach nem Bett gucken Hier ist kein Bett Hier ist ne Kiste Karten Ich bringe uns Karten mit Wofür? Äh da siehst du immer wo du langklochen bist Komis Komis war deren fackeln für mich ich bring gleich welche wenn ich wieder da bin käftling ist eine tür haben reiche meine tür türen für die welt ich habe gerade so ein komisches geräusch gehört ja das weiß ich auch nicht was das richtig ist also entweder das irgendwas mit dem end zu tun oder irgendwas anderes aber ich bin da leider noch gar nicht so schlau draus gefunden ich weiß nur dass es immer irgendwann einfach random aufkommt ich muss in dein bett kommen ich habe mein unteres geschoss fertig ich habe was anderes verstanden gerade ist das denn ohne fisch aus dem ich wusste nicht dass die dörfer so krass aufgebaut sind ah au bären alter hier tut auch alles einem weh kenne ich diese katzen wo ist hier ein skelett während du versuchst mich abzuschießen tue ich in ruhe was essen okay ah sorry ich musste mal kurz ans telefon oder aber echt aufpassen hier ist ja nur ein eine stufe ein bett brauche ich noch dann kann mich sofort zu euch zu ja ich bräuchte unbedingt einmal fackel oder kohle 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 und da ist es auch schon jetzt muss ich nur zurück zurück sind was wir dann schon jetzt nein ich kann sie ja nicht herstellen keine ahnung zwischen gründen nicht nämlich gerade einfach nur bitte schön jetzt hast du zwei türen ja das war auch der plan an der sache also dass ich zumindest mal du hast ja spaß an den dicken an die druckplatten da druckplatten vorgelegt vor die tür gelegt ohne 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 kohle der auch wie der schoss erde ich habe gerade auf dem ist ich brauche nämlich holz 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 ich schon meinen holz das kam um uns raus als die frau kann man sich das jetzt immer mein kraft gespielt nur so nebenbei das ist also schon die ganze weile ja da war das 2011 oder so ne so viel ist es nicht da habe ich noch kein youtube gemacht 2013 oder 14 angefangen glaube ich oder 15 wo muss ich hin der keff hat keine kohle und das sowieso nicht ach das ist ja eine falsche karte das kannst du eigentlich hoffnung machen das sind unbemannte karten das heißt man sieht nicht wo man läuft die zeigen einem nur das gebiet aussieht ich hoffe ich schwimm jetzt in die richtige richtung ich muss nur einen komischen schwarzen block finden oder einen großen block auf einem berg ich fühle mich da in die falsche richtung aber alter was ist das denn muss ich mal merken auf der fien kann man schwimmen ich sehe dein haus ich habe was cooles gefunden und möchte ich aber dann halt nicht alleine hin also nächstes mal wenn jemand lust hat auf expeditionen ja vielleicht mal irgendwann ja wenn wir alle rüstung und so haben können wir das noch machen ja es war noch ein riesen turm ich habe eine trophy erhalten die heißt atlantis alter enrico du kommst rein und auf einmal höre ich ein zombie geräusch das kopf das kopf ist das mal der fall hat in der richtung kommt dass es ein zombie geräusch gibt ach hier war marcus ja ich finde übrigens immer noch dass das ablegen bei minecraft aussetzt wird es dazu der karakter ist aus kotzen die kohle marcus das war einfach nur schatz das war von hilfe er hat das verfahren kann aber tödlich in ja dann nehme ich sie raus alles gut respawn punkt festgelegt ja jetzt sterbt man wenigstens zu hause förmlich hier du auch wenn du dein bett hinstellt ja wenn ich ich nehmen wir die raus nehmen wir raus ok was heißt ich brauche ein gefängnis ich brauche eine gemütliche hütte gemütliche holzfitte und daher wenn jemand langeweiler ist in riku du hattest du so viel glas noch übrig du kannst ja mal die fenster verglasen ich habe ein kleines klassen keller marcus geht ah toll weiß kannst du eigentlich ich bring dir welche welche später ja alles gut naja auch nur ganz ich schlafe sind zum bisschen der leben gut ich hoffe dass sie jetzt wenn ich reinhüpfen weil einer steht bei mir vor der haustür oh ja der steht wirklich bei mir vor der eine vor der haustür tommi haupt 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 wenn jetzt alle sich ins bett legen können wir die nacht einfach durchschlageln ja wenn alle aber ich habe ja keins haupt 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 haupt